Das große Ding ist... Was ist mit meinem Sollos-Ecoverse? Leute, das große Ding steht an. Wir werden reich, 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 reich. Wir haben einen neuen Spielmodus Ego Waschmaschinen Perspektive. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber... Irgendwie kann man es schon. Gleich geschafft. Die Waschmaschinen Perspektive ist nichts für Loops. Merkt man vielleicht auch. Ist halt ein cooles Update, ne? Die Waschmaschinen Perspektive. Und keiner ist hier. Dann gehen wir doch hinten wieder raus. So. Wir sollten uns im Strip-Club treffen. Aber vielleicht muss ich mich erst davon entfernen. Indem wir in dieses Fahrzeug steigen. Funktioniert leider nicht im Auto, die Waschmaschinen Perspektive. Jetzt ist es. Elektrik-Scheet! Elektrik-Scheet! Ahem. Machen wir wieder aus hier. Reicht ja wohl. Wollt's euch nur mal zeigen. Hahahaha. Ingefärzt. Angehakt! All right! Ria! Get changed, all right! This is the biggest day of your sorry little life. Yeah man. So we really doin' this shit? All right, come on! Next door! Ah, our network hacker. Uh, don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state of the art. Coooot. Hey. We're at home. Up geht's Oh mein Gott, wir haben die Mülltonne gehittet Das ist das beste, du kannst tun Was sagst du? Diese fucking Leute? Sie sind cool. Schau, wir haben das Ding mit ihnen. Es ging gut. Es ging dann okay, nicht wahr? Du willst mich nicht auf Bord? Ich kann gehen. Du setzt diese Leute für einen Fall? Ist das das, was das geht? Wenn sie die Diversion sind, macht es vielleicht Sinn. Das ganze Träger ist neu für mich. Hey! Keine Ahnung! Es ist alles gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe das schon gehört. Keine Ahnung, Trevor. Das ist das große. Das ist das große. Okay, die Trucks sind noch nicht hier. Wir sitzen fest. Keine Ahnung, wir haben keine Panik. Wir waren nicht Panik. Was ist falsch? Nichts falsch. Wir haben nur noch einen Moment. Du sagst nicht Panik macht mich, ich will Panik. Hier geht's. Das ist es. Okay, okay. Ich sehe die Vans. Rock'n roll. Rock'n roll. Seriously? Let's go. Deploy the Stinger. Now keep driving. They should go over it. Ich dachte, das ist flächendeckend auf den Spuren. Ich habe es mir aber auch jetzt gerade schon gedacht. Das wird nichts, ey. Ich fähle schon bei den Nagelbrennen. Das ist die Waschmaschinenperspektive. Das war einfach. Das gehört dazu. Das ist normal. Ja, natürlich. Wir fangen hier vorne wieder an. Mann, Mann, Mann. Ist das das Beste, was du tun kannst? Was sagst du? Ja, der fängt hier wieder an zu labern, ey. Die Waschmaschinenperspektive, die schleudert so'n Ding halt mal durch die Gegend. Das waren die Nachwirkungen jetzt davon. Mein Gott, ey. Ist das für ein Fall? Huh? Ist das, was das geht? Wenn sie die Diversion sind, vielleicht macht es Sinn. Das ganze trechere Ding ist neu für mich. Don't listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. Alright, the trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. Alright, here we go. This is it. Alright, alright. I see the vans. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Drop the Stinger. Jetzt aber, ey. Keep driving. Oh, it's got good. Out! Get out of the vehicle! Get out of the vehicle! Let's go! Oh, shit. Move your ass! You do not want to die for this shit! Shit. Oh, shit. Your move, buddy. No, 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 no. Get a fucking move on. Go, go. Hurry up! Just hold on! Hey! You can get these ready! Please, please, please. Let's go! Let's go! Yeah, we got a one minute window before the GPS starts reading abnormal. Woo, then let the slaughter come out! No, no, no. Who do you like? This one. Oh, shit. Hey, please, whatever you need. Yeah, no shit. We need you. No, no. What's your name? Casey. Casey! Get in the fucking truck! Let's go! Go, go, go! Get in! Your welfare! Quit whimpering. Next stop. The Union Depository. Shit, 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 shit! Relax, man. I'm the one who should be cramping myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck, fuck! Look! Casey! I need you calm. You're no use to me when you're freaking the fuck out. What you want to be right now is useful. So. Onion 86 inside. Stand by. Hey. I was expecting you like half minute ago. Haha. Here you go. It's me every time. Onion 86 in the building. Eggplant 22 inside. Stand by. Haha. That's phenomenal. Not bad. They're here. Don't do anything stupid. Let's go, pal. Yeah. Okay, man. Yeah. Okay, man. You're a little bit. I can see. Okay, man. No. Das ist nicht eine Museumtour. Komm schon! Na? Wie geht's? Danke. Gut, ja, ähm, gut. Ich glaube, der Freway ist ein absoluter B-Star-Star-CH heute. Was für ein Ding? Und ihr Mädchen müssen in diesen Trucks sitzen, aus Ihrer Geist, schreien auf mehr Geld, als Sie wissen, was zu tun. Okay, los geht's. Wie der redet, weißt du? Ja, ich will auch so viel Geld, dass ich niemals ausgeben könnte. Wäre doch lustig. Hey, so, you know what to do? Aha. Come on. Okay. Oh, okay. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Ein Job, das zu tun. Absolut. Ähm, ey. Entweder war ich voll weg, Alter. Wo fährt. Ist überall in Kohle drin, oder? Wow! These are heavy. A little over two tons of pallet, yeah? So what's that worth? Gold is trading at around 17 hundred to 2.000 an ounce. 35 ounces per kilo, give or take. 1.000 kilos per ton, so that's... 200 million dollars or thereabouts. Give me a second. Yep, that sounds a bit of a record. Boah! Per! Tja, there are already 10 of them. No, this last one. He's retiring. He, exploring other opportunities. Hey, your chance of an early death increase dramatically when you retire. Yeah, I'll bear that in mind. Ah, my back! This much metal ain't normal, is it? Quite a regular. Order came down this morning, but the computer cleared it. Well, let's hope no one untoward gets word. That's what you and the rest of the security gets paid for, isn't it? Cargo's in the loading bay. Get her on board! Alright, come on, let's not take up any more of this gentleman's time than we have to. That's it! Let's go! Hey, I'm not feeling so well and I thought maybe I could just, you know... Hey, come on Casey, suck it up! You can't handle the hangover case. Do not overindulge. That's right. This man right here will teach you a little something about my reaction. No, thanks. No, thank you! Really! Und wie wir dir danken, Fräulein. Ob man sich hier auch reinglitschen kann, so? Ich habe dieses Signal, das ich hatte. Ich kann es benutzen, um dich zu entfernen von den Klammern zu halten. Oh scheiße, jetzt wird es lustig. Oh scheiße, mehr Mercs kommen vom Nord-West. Dann machen wir eine richtige Richtung. Die Lichter ist grün. Cool, geht über diese Richtung. Ich gehe in, damit ich dich versuche. Sie sind uns durch. Jetzt gehen wir gleich in diese Richtung. Ey Mann, die Leute sind auf der Westen gekommen. Schau, schau, sie sind gerade vor uns. Ja, um, make a right, right there. Shit, mehr ain't coming from the South. Come on, baby. Oh yeah. Green light ahead. More Mercs just showed up at the top of the grid. It's gonna happen. It happened. We got a green light. Now far left. We got to go. Oh, we got it. We got it. We got it. Shit, be careful. Man weiß ja auch nicht, wo die langfahren, weißt du? Man weiß ja, was ist? Man weiß ja, was ist? Die Licht ist grün. 3, 2, 1, fertig. Man weiß ja, was hat sie. Sie haben uns durch. Man weiß ja, was hier ist. Wir haben ein paar Schleifte Leute auf der Westen. Green light ahead Let me in, so I can fuck ya Yeah, go right at this junction Come on baby, oh yeah Oh man, south side heavy's coming at you It's gonna happen, it happened Oh shit, look out, more Meriwethers coming from the north One sec, oh yeah Alright, now you almost done We got a green light Hustle up, you guys, redistribute the weight Here they are Hey, good work, Gav Damn, I can't believe we got the meth Damn right, all without firing a bullet Oh, don't forget old Chase here The lead ain't gonna be wasted No, no, please, please don't, now wait Biggest score of our lives we ain't taking any chances Sorry, Pallywell It ain't a chance, he's in on it Huh? Get up Hey, get up You tell them something that ain't on the news already This whole thing was your idea Yeah, yeah, I understand, not a word Exactly Yeah, I always jumped I never saw a thing Go You're fucking going as soft as that old blasted boy in your pants This divorce couldn't come soon enough Fucking A Yeah, come on, man Fuck, work first, pick a later, man, alright? Oh shit, Meriwethers Mercenary mother fuckers Alright, you, keep loading We'll deal with this It takes us Are you alright? Are you alright? I bet the homeless is happy we paid them to get out of here Ah, it was going so sweet Come on, come on Come on You know what I'm saying? More coming Just in time for the action to start On the left Look out I'ma hold the front You dudes take the side We punch through We get clear Come on Hey man, these guys are every fucking way If you're gonna kill anyone Get Kill the fat one So I guess we're shooting our way out of here Oh fuck A Die 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 stehen immer wieder auf, ne? I don't feel sorry for ya! Watch the metal! Come on, you assholes! Close them down! He's got the ninjas! Take cover! Hello! Mann! Alter wo? Ahhhh! Und wir kriegen natürlich hier jetzt komische Dinge Wir müssen uns nicht auf die Straße bringen Ehhhhh! Fünf Sterne, ja! Eeeeeegel! Wir haben den L.S.-Trafik! Wir lassen dich nicht aus dem Weg! Wir gehen hier durch! Das ist nicht hier! Wir haben vielleicht den Freak verloren! Die Druck muss ihm auf ihn! Wir sind da! Bucks! Ramm! Wuhuuu Oh, Mobro ist kein Scheiße, der Typ, den er fahren soll Oh Boah, was ist los hier? Kommen wie die Bullen, aber wie die gescriptet sind, ist schon lustig. Ja! Voll doof die Bullen. Okay. Okay. Es wird schon hochgegangen, die Fähigkeiten. Ja. Okay. Wir haben es geschafft! Okay. 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 Ok. No. Okay. Let's... ину dochlli 북한ute zu tun. Wohin mit dem? So und jetzty... Hallo. Achter. Ja, da gehts weiter, würde ich sagen. Ich glaube, ich weiß auch schon, was da kommt. Wohin mit dem? Oh, wir brauchen erstmal einen Rast. Gut, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Überfall ist geglückt. Problemlos. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.